Servus und Willkommen zum neuen Unboxing. Wir haben heute für euch den neuen Adidas X15 Escalade. Wie dieser aussieht, das erfahrt ihr heute im Video. Und falls ihr den Test sehen wollt, klickt oben links, dort ist das ganze verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.